So, und Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Multiplayer. Ähm, gerade noch im Laden hier. Ich, ähm, in dem Spiel benutze ich auch wieder. Hey, this is a battle of attrition. Target and destroy all enemy forces. Warte, stell's hab drauf. Jawoll, und Level 20, noch ne Challenge geschiehen. Nein! Oh shit! Ich bin von dir. Egal. Jo, zunten lassen. Das ist immer ungeiler. Spectral-Effekte mal wieder. Ach ja. Ah. Copy! What does the future hold? The research and development department at the end of the process has the answer in time. Pilot, your Titan will be ready in two minutes. What's not burning? It's gotta be touching! Oh, what are you doing? Two. Three. Four. It looks shit. It looks cool. More than a Ich bin der Schloss. Ich bin der Schloss. WPF! Kann ich da mal eben bitte rausziehen? Jawohl, ich hab hier Spektoren gefehlt. Oh, ich hab hier den Spektoren geheben gerade. Oh, ich hab hier den Spektoren gefehlt. Oh, wir sind dann noch mal in der Bühne. Oh, ich hab hier den Spektoren gefehlt. Oh, kommt das an das Teufelוקal. Oh, ich hab hier den Kühlschrank, das geht. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Post-A-Movement-Speed Aha Super Charger, natürlich auch wirklich geil Oh cool Zack Und Titan Klasse Alles klar Dann beende ich hier die Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao